Okay, meine Freunde, ja, willkommen zurück zu NumPy. Herzlich willkommen zu, ja, der Kombination aus der Shape und dem D-Type. Wir haben ja beides schon kennengelernt. Wir haben hier jetzt zum Beispiel eine Shape von 2, 3, 6. Das heißt, wir haben hier zwei Unter-Arrays sozusagen. Und jedes dieser Arrays hat ein 3, 6er-Array in sich. Und dieses 3er-Array hier hat jeweils sechs Einheiten. Das ist quasi dieses 2, 3, 6. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Und der D-Type ist ein Float64. Der wurde automatisch hier inferiert. Das bedeutet, wir haben hier eben eine Kommazahl drin. Also wird eben alles als Float gewertet. So, jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Kann man das vielleicht auch separat definieren? Kann ich vielleicht auch separate Typen verlangen, dass zum Beispiel nicht alles hier einen festen Wert hat? Kann ich das irgendwie tun? Die Antwort ist natürlich ja, sonst würde ich es nicht machen mit euch. Also das heißt, wir wollen hier uns einen, wir wollen natürlich erst mal NumPy importieren. Und wir wollen einen neuen D-Type definieren. Und diesen D-Type, den wollen wir jetzt ein kleines bisschen komplexer haben. Als NumPy.D-Type von, achso, ja genau, vielen Dank dafür, Liebes. Das hat übrigens meine IDE jetzt gemacht, weil man NP immer als NumPy importiert. Und die macht das halt einfach von sich aus. Also, was wollen wir genau haben, damit wir hier diesen oder vielleicht komplexere Typen haben können? Naja, wie wäre es denn, wenn wir statt dem Typen direkt anzugeben, also sowas wie NP.in32, wie wäre es denn, wenn wir auch noch eine Shape in unseren Typen rein definieren können? Das geht und das kriegen wir so hin. Jetzt ist nämlich dieses Ding hier in einer Art Tuple. Und das Tuple verlangt zwei Werte von uns. Wir können uns das übrigens auch mal bei D-Type genauer angucken. Und zwar sehen wir hier Object, Align, False und Copy, äh, Copy is False. Und hier sehen wir auch die Real Structure is unknown. Schade. Das ist das, was aus dem Doctype reconstructed wurde. Ähm, wir müssen uns das irgendwo offensichtlich anders herholen. Und deswegen muss ich euch das quasi erklären. So, wie kann ich jetzt die Shape hier rein zaubern? Nun, ich kann hier einfach hinten dran noch ein Tuple angeben. Und in diesem Tuple kann ich die Shape angeben. Also sowas wie 2,3. So, ähm, das bedeutet, wir haben hier ein 2,3 Integer Sub Array. Jetzt, ähm, wie, wie kriege ich das jetzt hin? Nun, ich kann mir ein NumPy Array random erstellen. Also NumPy, ähm, sagen wir einfach mal Zeros dazu. Über NumPy.Zeros wird einfach ein neues Array erstellt. Und zwar aus einem, ähm, aus einer vorgegebenen Shape eigentlich. Und jetzt probieren wir doch mal, was mit dem Data Type hier rauskommt. Das heißt, wenn wir hier den DT angeben, sehen wir, okay, ähm, das hat offensichtlich nur so semi gut geklappt. Weil ich vergessen habe, um was auszugeben. Und ich würde das eigentlich ganz gerne schon ausgeben. Ähm, Zero, Zero, wie nennen wir das? Ähm, R für Array und für Piraten. Aber eigentlich mag ich Piraten nicht so sehr, aber, ja, ähm, genau. Also wir sehen hier 0,0. Das hat offensichtlich nicht so ganz gut geklappt. Was wäre denn, wenn wir hier den DType direkt angeben, und zwar als DT? Dann können wir uns das doch nochmal angucken hier. So, und jetzt sehen wir hier, okay, wir missen offensichtlich die, ähm, die Shape, die wir hier noch angeben müssen. Und das heißt, lasst uns doch mal hier vorne noch die Shape separat als Parameter ab. Quatsch, hier, sorry, hier natürlich. Ähm, lasst uns doch mal hier noch die Shape als separaten Parameter da angeben. Und zwar die Shape 2,3. Das ist wie immer ein Float, den wir hier einfach zusätzlich angeben. Und der sieht dann so aus. Seltsam. Was ist jetzt hier passiert? 2,3. Nun, 2,3 ist der Datentyp, und den erwarten wir doch hier eigentlich. Aber jetzt haben wir hier irgendwie ein, naja, ähm, etwas, also Liste aus Liste aus Liste aus Liste mit drei Elementen. Wieso ist das jetzt passiert? Ein kleines anderes Beispiel. Wie wäre es, wenn wir hier einfach nur eine 1 haben? Nun, dann haben wir tatsächlich ein 2,3 hier. Das bedeutet, wir haben hier eine Liste aus einer 2,3 Liste. Und wenn wir hier sogar tatsächlich nur ein Komma angeben, beziehungsweise einfach nur eine leere Klammer angeben, um gar nichts zu haben, dann haben wir sogar hier ein tatsächliches 2,3. Was ist jetzt geschehen hier? Nun, wir haben uns einen neuen Datentypen gebaut. Einen komplett neuen Datentypen über dieses DT. Und jedes Element dieses Typens hat eine Shape von 2,3. Okay, wir geben also unserem NumPyArray die Anweisung, baue mir eine 0 mit einer normalen Shape, also einfach nur ein einzelnes Element hier. Und daraus hätte ich ganz gerne, dass du für jedes Element in dieser Zeros-Liste diesen Datentyp hier anwendest. Der Datentyp selber hat aber ein 2,3 in sich. Das bedeutet, wir wollen einfach nur ein einzelnes Element haben mit dem Datentyp mit der Struktur 2,3. Das bedeutet, wir haben eine neue Struktur und jedes Element hier drin hat diese Struktur. Ich mache ein kleines anderes Beispiel. Wenn ich hier das hier rauslasse, also keine Shape bei dem Datentyp angebe, dann sieht das Ganze so aus. Achso, ja, dann sollte ich hier vielleicht noch die Klammern wegmachen. Aber dann sieht das Ganze so aus. Dann haben wir hier einfach eine 0. Denn der Datentyp hier, der ist jetzt einfach ein, naja, ein Element. Wir sagen einfach nur, okay, ein Element. Und das ist der Standard-Datentyp. Bisher haben wir es immer nur so gemacht, jedes Element war nur eine Zahl. Nämlich ein int32 oder was wir auch hier die ganze Zeit hatten. Also verschiedenste Sachen. Wir hatten ja hier int, wir hatten int8, wir hatten Bytes, wir hatten Unicode-Strings und so weiter und so fort. Und das war jedes nur ein einzelnes Zeichen. Und das ist jetzt auch hier so der Fall. Wir haben hier nur ein einzelnes Zeichen dafür. Weil wir hier auch gesagt haben, okay, wir hätten ganz gerne keine Shape und der Datentyp soll bitte auch nur ein einzelnes Zeichen sein. Was ist aber, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, 5,5 mache? Dann habe ich plötzlich eine Nullliste aus einem 5x5 Array. Das heißt, 5 Zeilen, eine Zeile, zwei Zeilen, drei Zeilen, vier Zeilen, fünf Zeilen. Aber jede dieser Zeilen hat eine, zwei, drei, vier, fünf Elemente mit dem Datentyp jeweils von einem int32. Das heißt, jedes Element hier drin ist ein Element mit diesem Datentyp. Also, fünf mal fünf Elemente mit diesem Datentyp. Wenn jetzt aber jedes Element in meinem Datentyp schon eine Struktur in sich hat, zum Beispiel eine Struktur wie 2,3, dann haben sie das nachher auch übernommen. Das heißt, alles, was hier eine Null ist, das ist eine Null, das ist eine Null, das ist eine Null, das ist eine Null, jede dieser Nullen wird ersetzt durch ein 2,3 Array, eine 2,3 Liste. Also, was haben wir am Ende? Wir haben 5x5, also genau dieselbe große Liste hier. Aber jede dieser Listen hat ein 2,3 Array. Okay, das hört sich jetzt bescheuert an, sieht dann im Endeffekt so aus. Wir haben hier Liste, 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 Liste aus drei Elementen, das ist diese drei hinten und dann haben wir zwei dieser Listen, eine Liste, zwei Listen, das ist diese zwei hier vorne. So, das ist das erste Element hier, das ist quasi ein Element, das ist das, was vorher eine Null war. So, und davon haben wir jetzt fünf Stück, 1, 2, 3, 4, 5 und dann hört eine Liste auf und die nächste Liste beginnt. Das heißt, wir haben hier die erste Zeile fertig von diesen fünf hier und das ist diese fünf hier. Jetzt geht es weiter und wir machen das Ganze nämlich fünfmal, nämlich 1, 2, 3, 4, 5. Das nächste ist fertig, das heißt, wir haben die zweite Liste und das Ganze machen wir, wie gesagt, fünfmal. Und am Ende haben wir fünfmal fünf Elemente und jedes dieser Elemente hat eine 2,3 Liste. Das hört sich komplett bescheuert an, ist aber tatsächlich manchmal nötig, dass man sowas Kompliziertes macht. Und wenn wir das uns komplett ausgeben, sehen wir, der Array-D-Type ist eigentlich inferiert worden und ist jetzt nur noch ein in 32. Das heißt, es wurde von NumPy diese Form und diese Form zusammengefügt in eine komplexere Form. Und die bekommen wir über Shape einfach raus. Und hier sehen wir auch alle Zeilen wieder. Also 5, 5 und jedes dieser Elemente ist eine 2,3. So, und wenn ihr das jetzt verstanden habt, dann habt ihr Datentypen wirklich verstanden. Ich würde euch empfehlen, das Video mindestens ein oder zwei Mal zu gucken. Ich mache jetzt allerdings noch ein oben drauf, denn man kann jetzt auch Datentypen leider mischen. Also, was heißt leider? Es ist ja schon hilfreich. Aber eine kleine Übung möchte ich hier auch mal noch geben. Und übrigens, warum ich das so bis zum Erbrechen wirklich mache, ist, dass ihr es auch wirklich verstanden habt, wie diese Matrizen aus Matrizen aus Matrizen zusammenkommen eigentlich. Das ist halt für Mathe etc. und gerade halt für Scientific Python wirklich mega wichtig und auch sehr, sehr mächtig am Ende. Und ja, deswegen dachte ich mir, das ist vielleicht besser so. Okay, jetzt, wie gesagt, setzen wir noch einen oben drauf. Wir bauen uns jetzt hier noch ein neues, einen neuen Datatype. Datatype2 ist gleich np.datatype. Und hier bauen wir uns jetzt tatsächlich einen aus einem String. Das heißt, wir bauen einen, also wir machen wieder mal natürlich ein Tuple. Und unser Tuple definiert sich auch wieder vorne aus dem Datentyp, also das hier. Da wollen wir einen String einsetzen, sowas wie i4 müsste das sein. Und wir wollen hintendran die Shape haben. 2,3. Das ist immer noch dasselbe wie das, was ich hier oben jetzt habe. Und das kopieren wir uns einfach mal. DT2 und A2 und, ups, das war die falsche Zahl. DT2, A2, A2. So, im Endeffekt können wir das hier auch mal rauslassen, damit es ein bisschen einfacher zu verstehen. Dann haben wir nämlich nur einen Datentyp hier. So, das heißt, wir haben ein Element, das hier sagt uns ein Element, und zwar mit der Größe 2,3. Okay, also am Ende ist natürlich die Shape 2,3. So, wir haben auch hier wieder den Datentyp in 32, alles wie gewohnt. Es ist im Endeffekt genau dasselbe wie das hier. So, und jetzt kann ich hierher gehen und kann das Ganze noch etwas komplexer bauen. Das bedeutet, ich kann hier ein i4 haben. Ich kann aber auch ein Komma setzen und dann kann ich sagen, okay, ich hätte gerne aber auch noch ein 2,3 Float 16 und ich hätte danach gerne noch ein Float 4 zum Beispiel. So, und was jetzt passiert ist folgendes. Ja, natürlich kommt ein Fehler, weil ich hier aus Versehen Float 16 gemacht habe und nicht F8 oder sowas. Jetzt sehen wir, wir haben immer noch ein 2,3. Aber jedes dieser Elemente ist irgendwie komisch. Also, das müssen wir jetzt doch irgendwie in die Form kriegen. Was heißt das da vorne? Also, das hier ist wie gesagt der Integer mit 32 Bit. Das ist der Float mit 8 mal 8, also mit 64 Bit. Und das ist der Float mit 32 Bit. Und wenn wir das jetzt mit Nullen füllen, dann sehen wir hier, wir geben hier mal kurz 8,2 aus. Dann sehen wir hier, okay, das ist mehr als 2,3. Das ist jetzt tatsächlich eine Liste aus Listen und zwar eine Zeile oder eine Liste, zwei Listen und jede dieser Sublisten. Also, wir haben zwei von diesen Sublisten, ja. Und dann haben wir eine, zwei, drei. So, da kommt also die 2,3 her. Wir haben ein Element, zwei Elemente, drei Elemente. Okay, das war davor einfach nur ein Int32. Jetzt haben wir hier allerdings noch ein kleines bisschen mehr als nur ein Int32, als ein Element. Das heißt, wir haben erstmal hier eine Shape von 2,3. Also, das ist das hier. Zwei, eins und zwei. Und in jedem dieser drei Elemente steckt eben das hier drin. Eins, zwei, drei. Und hier kann man nochmal aufdröseln. Und zwar kann man hier sagen, okay, das ist jetzt ein Element. So, das heißt, die Shape 2,3 hier definiert mir ein Element oder definiert mir, wie viele Elemente ich habe. Und ein Element davon sieht so aus, wie wir das hier vorne haben. Okay, also zuerst ein i4, also ein Integer mit 32 Bit. Okay, das ist das hier. Und dann am Ende steht, übrigens durch die Kommata, wissen wir, es ist ein Tupel. Das heißt, wir haben drei Elemente in unserem Tupel. Ein Element, zwei Elemente, drei Elemente im Tupel. Das ist das erste Element. Hier sehen wir das erste Komma. Das zweite Element. Hier sehen wir das zweite Komma. Und das dritte Element hier. So, und das dritte Element ist einfach ein Float mit ebenfalls 32 Bit. Das ist das Ding hier. Deswegen sehen wir hier den Punkt. Und das in der Mitte ist ebenfalls Shape 2,3 mit einem F8. Das heißt, wir haben hier ein 64 Bit Float jeweils in der Mitte. Und zwar drei Stück in einer Liste und davon jeweils zwei Listen. So, also ihr seht, man kann hier wirklich alles kombinieren. Ja, also, wenn ich jetzt das hier noch in ein 5,5 mache, dann kann ich auch das tun. Und dann habe ich halt was komplett Bescheuertes hierbei rausgekommen. Und zwar das da. Also ihr seht, es wird sehr, sehr kompliziert. Okay. Aber das braucht man dann wirklich eher selten, würde ich behaupten. Und wir haben dann halt wieder die Shape von hier oben. Der einzige Unterschied zu hier oben ist jetzt im Endeffekt, also jetzt von dem hier zu dem hier, ist, dass jedes Element in dem Array 2 nicht nur aus einer Zahl besteht, sondern aus dem Tuple hier. Das heißt, wir haben hier quasi unser Tuple definiert. Und zwar aus eben dem, was ich schon die ganze Zeit jetzt vorgebetet habe. Okay. Also, ja. Es ist kompliziert. Ihr könnt das Ganze so kombinieren, wie ihr wollt. Und man muss sich da auch nicht irgendwie limitieren. Ihr könnt alle Typen zusammenschmeißen, wenn ihr das wollt. Nur achtet darauf, dass dann eben innen drin natürlich, also ihr könnt auch darauf zugreifen, wie wenn es eine Liste wäre und alles. Das ist gar kein Thema. Aber innen drin haben wir natürlich jedes Mal jetzt ein Tuple stehen. Also, jedes Element ist jetzt ein Tuple und kein primitiver Datentyp mehr. Das ist schon in Ordnung so. Man muss nur wissen, dass man dann darauf zugreifen kann, wie ein Tuple. Und deswegen ist eben diese Shape hier so unfassbar wichtig. Gut. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es noch ein bisschen um noch mehr Typen-Sachen geht. Es tut mir leid, wenn ich das so totkaue, aber es ist einfach wahnsinnig wichtig. Und das nächste hilft euch eher, anstatt dass es alles noch komplizierter macht. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.